Ich probiere jetzt ein wenig zu über der Hochstraße, zusammen mit dem Raimundi, wieder der Hochstraße. Der Hochstraße kommt in der Näcke von 16, spielt mit ihm, der Goal, der Achtung, Couchier schütte! Er ist innen! Oh, 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 oh. In der 93. Minute, liebe Leute, dass ich das noch erlebe, in der 93. Minute, der Ari Biewenu, mit der Brechstange, der Biewenu um den Kopf, und er rutscht noch aus, der Armkäme, er rutscht noch aus, der Biewenu, und ich muss rutschen, oh, da muss ich gleich ein wenig Luft nehmen, das hält mich, und der Match macht mich, fertig, der Match hier, wo 2 zu 1 steht. Es muss jetzt nicht mehr gespielt werden, du stehst recht, jetzt kannst du abpfeifen, geh heim, das Käferchen trinken, jetzt denk, jetzt ist es fertig, die Seite sind drüber.